Ich habe ja Physik studiert und bin jetzt gewechselt auf Informatik oder wissenschaftliches Programmieren und seit kurzem aber bin ich in Kontakt gekommen mit dem Unternehmertum, Entrepreneurship und auch Social Entrepreneurship und da habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich wirklich viel Spaß macht und damit kann man auch viel bewirken. Früher hatte ich eher so eine passive Rolle angenommen, quasi wenn etwas nicht gepasst hat, dass man sich denkt, ja das wird schon hoffentlich irgendwann mal jemand korrigieren und Social Entrepreneurship und Entrepreneurship haben mir erlaubt eine aktivere Rolle anzunehmen und auch Probleme, gesellschaftliche Probleme, soziale Probleme aktiv anzugehen. Redaktion bei Kavare Drei Untertitelung des ZDF, 2020